Oder ihr bleibt sich irgendwann mal stehen. So, Sarah und Georg, das dynamische Duo, einen schönen Abend im silbernen Hut. Schönen Sonntag, herzlich willkommen. Dann Stefan und Jürgen sind wieder zurück. Und wir können dann einmal loslegen, gemütlich. Gemütlich aufwärts. Ein bisschen schneller wird's. Ein bisschen Tempo zum Aufwärmen noch. Noch bitte, noch bitte. Sarah und Georg, Stefan und Jürgen, die kennen sich sowieso schon aus. Die haben alle so im Rearus der Welt schon einmal durch. Und jetzt dann. Aufwärmrunde ist zu Ende. Hui. Ich seh schon, ich seh schon. Die wissen, die wissen wirklich alle, was gut ist. Nämlich auch Georg und Sarah sowieso. Stefan, Jürgen. Rauf die Hände. Kurz nach Wochenende. Und einmal noch. Oh. Jürgen. Und jetzt. Oh. 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 Wir landen! Also bei Stefanie Jürgen frage ich nicht nach, die sind sowieso mit dabei. Sarah Georg, wollt sie auch noch mitmachen? Na bitte, na bitte, dann auf dem Grunde in die Schleuder-Runde! So, und während Sarah ihre neue Frisur noch fertig gefüllt wird, heißen noch einmal die Hände nach oben. Und zum Abschluss, da gehen wir noch einmal, oder auch, geht's schon, gehen wir auf, Vollgas! Uem, 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 geschafft, geschafft! Sarah und Georg mit einer neuen Frisur, also die Sarah zumindest. Und Stefan und Jürgen haben es wieder mal geschafft! Schönen Abend noch, viel Spaß im Brater oder sonst wo! Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal! Rechtsmann geht's hinaus!